Pep Guardiola will offenbar den Transferrekord der Premier League brechen. Wie der Daily Mirror berichtet, plant der Trainer von Manchester City die Verpflichtung von Chelsea's Eden Hazard. Für den Belgier soll Guardiola gewillt sein, 170 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Hazard stand bereits 2012 vor einem Wechsel zu den Citizens, der aber an den überzogenen Forderungen seines Beraters scheiterte. Die Verlängerung seines Vertrages beim FC Chelsea steht bisher nicht in Aussicht und außerdem soll auch Real Madrid interessiert sein. City möchte den Mittelfeldspieler aber offenbar mit einem ähnlichen Gehalt wie dem von Kevin de Bruyne locken. Der verlängerte kürzlich seinen Vertrag und verdient jetzt 340.000 Euro wöchentlich. Bisher ist Manchester United's Paul Pogba mit einer Ablöse von 105 Millionen Euro der teuerste Spieler der Liga. Emil Forsberg vermeidet ein eindeutiges Treuebekenntnis zur RB Leipzig. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2022, aber im Fußball sei alles möglich, sagte der Schwede der Welt. Was in Zukunft passiere, sei jetzt kein Thema. Man spreche aber auch nicht viel darüber. Natürlich gäbe es eine Chance, dass er weiter in Leipzig spiele. Daniel Sturridge galt ja mal als eines der größten Talente der Welt. Jetzt hat der FC Liverpool offenbar Probleme, ihn loszukriegen. Der 28-Jährige sollte für 5 Millionen Pfund und die Bezahlung seines Wochengehalts von 170.000 Euro verliehen werden. Leider hat sich aber kein brauchbares Angebot aufgetan. Deshalb soll die Gebühr jetzt auf 1,7 Millionen gesenkt worden sein, berichtet der Daily Mirror. Inter Mailand hat demnach auch prompt zugeschlagen und wird den Mittelstürmer bis Sommer ausleihen. Das wissen, was du als nächstes mal ein bisschen eine Chance für Phänomen, oder zu machen? Wenn du das nicht hast, was ich für Sie ist, was du schon mal ein Kannst, was ich nicht? Das ist eine Chance für mich. Das ist die Chance für mich, das ist. Du bist in der Chat-Wenn- und habe mich nicht mehr so wichtig. Mach das noch nicht! Bis zum nächsten Mal. Und dann wieder auf'm� strains minus 1,8 Sekunden.